Musik Anna! Anna, du musst aufstehen, du kommst zu spät zur Schule! Musik Du hast mir meinen Körper geklaut, gib ihn mir zurück! Ich habe in dir geglaubt, ich bin heute in deinem Körper zur Schule gegangen, weiß wie peinlich mir das war! Ich bin zu spinnen, ich habe verschlafen. Frau Coleman, äh Frau Manderschein, was machen Sie denn hier? Wirklich alles in Ordnung? Hä? Was ist das, das ist Manns Gesicht und ich mein? Was ist das, das ist ein Böger, das kann nicht wahr sein, das ist nicht wahr. Und ich musste heute in deine Körper zur Arbeit, du kannst froh sein, dass mich mein Chef nicht gesehen hat! Äh, froh sein? Wieso soll ich denn deswegen froh sein? Ich bin jetzt das Gespött der Schule! Nein, warte, du bist das Gespött der Schule! Na toll, und du bist jetzt die verrückte Tochter von Tessa Manderschein! Entschuldigt die Verspätung, seid ihr schon mit dem Schichtplan fertig? Äh, Anna, was machst du hier? Anna, seht ihr schlecht? Ich bin Tessa! Und mal habt ihr heute Tomaten auf den Augen? Ich bin Tessa! Hast du heute schon mal in den Spiegel geschaut? Nein, ich war heute morgen ziemlich im Stress! Hier! Ah! Dann müssen wir jetzt erstmal rausrücken, wie das überhaupt passieren konnte! Wirst ihr noch? Dein Glückskeks geht dann ab und macht ihr mich bald zu schlecht tun? Ja stimmt, derzeit musst du noch in meiner linken Hütte halten! Ähm, eine Reise bald beginnt! Ihr Lohn spiegelt sich in den Augen des anderen wieder! Erkennst du deine Mängel, dann hast du Glück! Denn Selbstlosigkeit verwandelt dich zurück! Und mein Mann sind dann... Selbstlosigkeit verwandelt dich zurück! Also müssen wir... Wie können wir das jeweils anderen ein Problem für ihn lösen? Tessa! Willst du mich zum glücklichsten Mal der Welt machen? Und mich heiraten? Also ich muss schon sagen... Das ist echt witzig!